Na alle zusammen, mich hier ist die Deutsche Land, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir wieder ein paar Rezepte ergämmeln, ich hoffe welche die ich noch nicht habe und dazu sind wir mal wieder in Naxxramas unterwegs. Hier habe ich ein paar Marken schon gefarmt und zwar diese Geißelsteine und ja, dass wir das Video nicht unnötig langziehen, habe ich die auch schon umgetauscht, diese zu den Druckmitteln des Todes hier bei dem kleinen Roblin hinter mir. Falls ihr das Ganze übrigens auch machen wollt, dann müsst ihr hier einiges freischalten, unter anderem Rätsel von Shodo braucht ihr, dann die Rätsel von Naxxramas müsst ihr freischalten und diesen Händler, das sind mehrere so kleine Rätselschritte. Dazu habe ich übrigens auch Videos gemacht, die werde ich einfach unten euch verlinken, das müsst ihr als erstes machen, dann könnt ihr dementsprechend hier loslegen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, wir wollen uns nämlich hier diese im Schleim bedeckte Schriftrolle holen, da brauche ich jetzt insgesamt noch sechs, ne, da werden jetzt nur noch fünf angezeigt, heu. Ach stimmt, ich habe mir noch eins gekauft, also fünf Rezepte braucht man da raus und ja, mal gucken, ob wir noch was rauskriegen. 20 Stück kann ich mir kaufen und dann würde ich sagen, legen wir los und drücken mir die Daumen, dass ich noch das ein oder andere Rezept rauskriege. Also, Number Uno ist schon mal nix. Dann das Zweite ist leider auch nix, jetzt zahlen wir das Gleiche. Ja, das ist dieser eisige Frostblick, das Dritte ist leider auch nix. Oh komm, bitte gib mir eins, wo von den teuren noch. Da sind nämlich zwei, die eins kostet glaube ich 100k und das andere kostet 190 oder 180, irgendwie sowas. Zwei, zwei, drei gibt es noch, die günstig sind tatsächlich, die könnte ich mir auch kaufen. Oh nice, ich habe das für 190 gekriegt, sehr schön, hat sich schon rentiert. Jetzt noch das andere für 100 und dann bin ich wunschlos glücklich. Dann bin ich wunschlos glücklich. Ich habe das sogar auch ein Schmiedekunstrezept oder Lederer, auf jeden Fall konnte ich es mit dem hier lernen. Äh, nein. Aber das teuerste habe ich schon mal, das ist schon mal fein. Komm, jetzt noch eins, wo von den anderen. Ah, das ist so ein mittelteures, okay, ein zweites habe ich gekriegt. Drei Rollen haben wir noch, komm. Glaub an das Herz der Karten oder an die Lootgötter von mir aus, an allem, was mir noch ein Loot bringt. Nein, gib mir noch eins, 20 Rollen. Alles da oben. Ah, ist wenigstens eins, was viel wert ist, ne? Gut, jetzt habe ich aus 20 Rollen zwei Dinger rausgekriegt. Aber zum Glück das eine, was viel wert ist oder was am teuersten im Auktionshaus aktuell ist. Und eins, was so mittel viel wert ist, ne? Hier 39. Jetzt brauche ich quasi noch drei Stück und da werde ich dann mal gucken, inwieweit, was die kosten. Warte, ich kann es mir, glaube ich, mit all the things hier auch anzeigen lassen. Also genau, das eine ist bei 8K, 25, die werde ich mir, denke ich mal, dann kaufen und das eine ist bei 10K, äh, bei 100K. Da bin ich echt am überlegen, ob ich mir das einfach dann rauskaufe, dass ich sie alle habe. Weil nochmal jetzt hier zu Gämmeln, ne? Es sind 33 Sachen, die rauskommen können. Da ist die Chance dann einfach zu gering, so viele Marken zu wasten. Aber ich bin zufrieden, dass ich das teuerste gekriegt hätte. Ein paar mehr hätten es natürlich sein können, aber naja. Mehr will man immer. Gut, heißt, ich denke mal, ich werde jetzt mit der Videoreihe hier beim Gämmeln, zumindest bei den Rezepten, nicht mehr weitermachen. Ich werde weiter die Marken farmen, denn wir können hier unter anderem auch die T3-Sachen holen. Ne, die kann man dann auch im Auktionshaus verkaufen. Teilweise sind die noch einige hunderttausend Gold wert. Und auch selber benutzen. Und wenn man dann das Achievement hat, mit dem vollen T3-Set, kann man sich die anderen Rezepte noch holen. Und da bin ich natürlich schon auch heiß drauf. Dementsprechend werden wir, denke ich mal, zwar jetzt mit den Rezepten einen Haken hinter machen. Da werde ich, denke ich mal, im Auktionshaus ein bisschen shoppen gehen. Aber mit den T3-Sachen machen wir dann weiter, sobald ich wieder was gefarmt habe. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit der kleinen Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.